Beginn vor Beginn Eventuell schwirren der Spiegel und der Papagei bereits vor Beginn zwischen dem Publikum umher und positionieren das Publikum für den Auftritt der Königin. Szene 1. Wer ist die schönste in Holzbrunn? Vor dem Schloss. Bei Schlechtwetter findet die Szene im Zelt statt. Aus dem Off hört man typische Papageienrufe und Geräusche, kreische Textfetzen wie Eilung, Eilung! Bebebebe, Eilung! Klingt wie verwirrte Sprech- und Stimmproben. Auftritt Papagei. Papagei fliegt, stolpert aus dem Schloss. Begleitet wird er vom Schlosspersonal. Er flattert umher. Heusbrunn, Un-Un, das Volk ist da, das Volk ist da. Heusbrunn, Un-Un, es geht gleich los, es geht gleich los. Hallo? Hallo? Was schaust du so? So, so. Alles, was er nun sagt, wird vom jeweiligen Schlosspersonal umgesetzt. Teppich rollen, Rosen schneiden. Eilung, Eilung! Bebebe, Eilung! Grün zurgießen, Grün zurgießen, Geschirr polieren, klieren, klieren. Die Königin, die Königin, sie ist bald da, bald da, bald da. Schneespiegel? Spiegelschnee? Wo? 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 Kein Schneespiegel? Kein Wittchen? Wittchen? Hallo? Hallo? Was schaust du so? So, so. Muss sie suchen, muss sie finden. Schneespiegel? Spiegelschnee? Wittchen? Wittchen? Papagei samt Hofstadt ab. Auftritt Schneemädchen. Sie schleicht umher und sucht sich ihr Versteck. 996, 997, 998, 999, 1000! Psst! Ihr dürft mein Versteck nicht verraten. Auftritt Spiegel, der Schneewittchen sucht. Bist du vielleicht hier? Nein. Bist du vielleicht dort? Nein. Bist du vielleicht da? Auch nicht. Na warte, Schneewittchen, ich finde dich schon. Schneewittchen hat euch bestimmt aufgetragen, um nicht zu verraten, wo sie sich versteckt hält. Aber mir könnt ihr es ja sagen. Ich bin ihr bester Freund. Ehrenwort. Wo ist sie? Schneewittchen, die sich längst an den Spiegel herangeschlichen hat, hält ihm von hinten die Augen zu. Schneewittchen! Spiegel! epidemiologie. nych. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.